Es liegt in der Natur der Sache, dass Neues genau dann entsteht, wenn Neues aufeinandertrifft. Deshalb verlassen wir bei BKW Engineering uns nicht auf unsere 120-jährige Ingenieurshistorie, sondern haben nach ihnen gesucht. Engineering-Firmen mit höchster Kompetenz aus unterschiedlichsten Marktsegmenten und Technologiebereichen. Große und kleine Firmen, die dank ihrer Kultur, Spezialisierung und Identität uns Neues zeigen und uns besser machen. Besser für den zunehmend komplexeren Wettbewerb. Besser, um unseren Kunden das zu bieten, was immer wichtiger wird. Gesamtlösungen aus einer Hand. Und wir haben sie gefunden. Mehr als 20 Top-Engineering-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eigenständig erfolgreich. Gemeinsam. Unschlagbar. Regional verankert. Und grenzüberschreitend vernetzt. Mit einem klaren, gemeinsamen Credo. Leidenschaft für das Projekt. Gemeinsam sind wir noch stärker als jeder für sich. Gemeinsam planen wir die Lebensräume der Zukunft. Gemeinsam sind wir auf dem Weg zum führenden Anbieter für Engineering-Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam sind wir BKW Engineering. Untertitelung des ZDF, 2020 태ψemia.be Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020